Matthias Schweighöfer schwitzt an der Stange. Habt ihr den Schauspieler schon mal so richtig beim Trainieren gesehen? Tada! Und dabei macht er eine richtig gute Figur und das nassgeschwitzte T-Shirt hebt zudem sein akkurates Sixpack hervor. Die Stange halten! Coach Kevin kennt keine Gnade, kommentierte er das Pick aus dem Gym. Was der 36-Jährige genau mit der Stange veranstaltet, bleibt wohl ein ungelöstes Rätsel. Denn einer seiner Fans kommentierte das Foto mit, da sind ja nicht mal Gewichte dran. Aber das ist den meisten ganz egal. Sie wollen ihren Lieblingsstar einfach nur mal oben ohne sehen. Matthias ist einfach eine Maschine. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst uns doch ein Like da und vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren.